Ich habe gerade das geilste Leben, was man sich eigentlich vorstellen kann und ich weiß nicht, wieso ich es nicht geschafft habe, zwei Jahre davor das zu genießen. Hallo und herzlich willkommen bei Bründl bewegt, deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und vielen Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer ersten Podcast-Reihe Weiterblicken sprechen wir mit sechs Persönlichkeiten, die in ihrer sportlichen oder unternehmerischen Karriere nie den Weitblick verloren haben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Darf sie abermals begrüßen zu einer neuen Folge von Bründl bewegt, der Podcast zum Thema Weitblick. Heute ist eine Dame zu Gast, die es so richtig in sich hat, 20 Jahre jung und trotzdem darf und kann sie sich schon Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin nennen. Sie ist das Gesicht des österreichischen Downhill-Mountainbike-Sports, aufs allerherzlichste. Servus, hallo, Valle Höll. Hi, danke fürs Einladen. Valle, wie klingt das für dich, 20 Jahre und Mountainbike-Downhill-Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin? Ist das ganz was Normales schon, wenn du das hörst? Nein, es ist irgendwie mega krass, weil ich kann es mir nicht ganz glauben, dass das jetzt schon alles abgekackt ist, weil ich weiß noch, ich habe damals mit zwölf oder so so eine kleine Liste geschrieben mit meinen größten Wünschen und alles war, ich hätte voll gerne mal in Red Bull hören, voll gerne mal Weltmeisterin werden und jetzt auf einmal mit 20 habe ich das schon alles und jetzt ist es so, aha, krass, cool. Das wäre eigentlich eh sogar meine nächste Frage gewesen, was waren in jungen Jahren deine Träume? Also einige von diesen Träumen haben wir jetzt schon gehört, wo spät immer so das ganz Essentielle? Ja, also es ist irgendwie schräg, weil es war nie, ich kriege das oft bei anderen Sportlern mit, wo das so, ja, sehe ich, wo ich unbedingt Workcup fahren und das ist das Ziel und alles wird gemacht und geschießt die Geschaste drumherum. Und bei mir war das eher so, ich bin halt da einmal so Rookies Cup mitgefahren und dann war ich all genug für den Europacup und dann auf einmal bin ich im Workcup gestartet und jetzt auf einmal bin ich schon Weltmeisterin und das war nie irgendwie so geplant oder meine Eltern haben das nie so gepusht, das ist einfach so natürlich passiert und ich finde das eigentlich saunett, wie das so abgelaufen ist. Diese Natürlichkeit, so nebenbei, kommt bei deinen Interviews so oder so immer rüber, ob im Sieg beim Gewinnen oder eben auch bei Niederlagen. Jetzt bist du 20, hast es erreicht, hast deinen Red Bull-Helm, bist Weltmeisterin geworden, Weltcup-Gesamtsiegerin. Wenn du jetzt schon in die Zukunft blickst, was sind dann jetzt vielleicht so deine Träume? Ja, ehrlich gesagt bin ich da auch gerade so ein bisschen beim Überlegen, weil ich hätte nicht gedacht, dass das alles so schnell passiert und es gibt halt andere Athleten, die müssen ein bisschen länger darauf warten, bis das abhaken dürfen und ja, ich habe einfach wirklich alles daran gesetzt, dass das so schnell wie möglich passiert und klar kann man sich jetzt sagen, okay, ich würde auch gerne fünfmal Weltmeisterin werden oder halt ein Perfect Season hinlegen, jeden Weltcup gewinnen. Natürlich will ich das auch, ich will auf jeden Fall mein Fahrisches noch um einiges steigern und ich möchte einfach dominant sein. Ich möchte die sein, die auf jeder Strecken um ein paar Sekunden Vorsprung gewinnt, egal ob es trocken ist, egal ob es regnet, egal was, ich möchte einfach die Beste in meinem Sport sein. Auf der anderen Seite will ich halt auch nicht nur, wie soll ich sagen, ich möchte nicht nur, dass die Leute meine Resultate irgendwie in Erinnerung haben, sondern ich möchte einfach, dass mein Charakter und dass meine Persönlichkeit irgendwie so einen Fußabdruck hinterlassen. Und ich möchte halt auch die Jungen inspirieren, weil ich sehe es ja bei uns in Österreich, da ist halt fast kein Nachwuchs gewesen oder gerade so meine Generation, ich bin die einzige Dame im österreichischen Radsport, im Downhill, die Weltcup fährt und davor war ewig nichts und jetzt die nächsten vier, fünf Jahre kommt auch nichts, aber dann sind 13-jährige Mädels schon, die richtig gut unterwegs sind und ich hoffe, dass ich da ein bisschen Rolle gespielt habe dabei. Weil du jetzt erwähnt hast, Fußabdruck für die Jungen zu hinterlassen. Ich habe heute beim Rüberfahren zu diesem Podcast noch mit einem Sohn eines Kollegen telefoniert, der übrigens in Leogang mit dem Downhill-Mountainbike unterwegs ist und fragt dann den Paul, du kennst du die Walle? Dann sage ich ja, kennst du die? Dann sage ich ja, nein, hast mit ihr schon gesprochen, dann sage ich ja, nein. Und dann sage ich, ich will aber trotzdem wissen, wie kommt dir die Walle vor? Das ist ein 16-Jähriger oder 15-Jähriger Buhl, fährt sehr, sehr gut Downhill, hat dann gesagt, du taugst ihm, weil irgendwie gefühlt immer happy face, weil du nicht abgehoben bist für ihn und weil er auch deine Videos cool empfindet. Jetzt sagt dir das ein 16-, 15-Jähriger Buhl, das ist schon lässig, oder? Ja, voll. Also ich habe mir sogar gedacht, wow, das ist echt ein Hommage an die Walle. Ja, ich meine, happy face ist natürlich nicht immer, gerade die letzten zwei Saisonen am Anfang war es echt richtig zart, also so happy war ich nicht die ganze Zeit, aber zum Glück am Schluss reise ich mich halt irgendwie immer ein bisschen raussehe, aber es ist so cool, dass ich auch auf die Jungs so einen Eindruck hinterlassen kann, weil oft ist es so, dass Frauensport generell ein bisschen belächelt wird und so, aber ich weiß nicht viel, dass ein Haufen coole Mädels gerade nachkommen, die egal, die einfach für Jungs und für Mädels Eindruck hinterlassen können. Bei dir ist es so, dass du bei den Interviews oder wenn man die wahrnimmt, eben wirklich happy-mäßig wahrnimmt. Natürlich habe ich das heuer zum Beispiel auch in Leogang wieder mitgekriegt, wenn du dann ins Ziel kommst, wo schon einmal eine Weltuntergangsstimmung, glaube ich, da war, aber irgendwie hat man immer das Gefühl, das ist fast der Gegensatz bei dir, weil auf der anderen Seite stehst du jeden Rede und Antwort, lachst viel und auf der anderen Seite sprichst du aber sehr wohl von dieser Perfect Season, alles zu gewinnen, alles abzuräumen. Also man hört schon auf der einen Seite auch einen extremen Ehrgeiz bei dir heraus. Ja, ich muss ehrlich sagen, Leogang war für mich das erste Mal, wo ich nicht gewusst habe, was mit meinen Emotionen ist und das war wirklich, wirklich hart. Die zwei Weltkampfs, die wir davor gehabt haben, da war ich im Lourdes, da bin ich Vierte geworden, obwohl ich die Quali gewonnen hatte, nur 1,5 Sekunden hinten und ich war Vierte. Ja, von der Zeit her nicht schlecht, aber halt vierter Platz, nicht das, für was ich da bin. Dann im Fall William hat es mich auch geschmissen und dann bin ich trotzdem Fünfte geworden, obwohl Sturz und Leogang ist halt immer so meine Geschichte schon immer gewesen. Also bei den Juniorinnen habe ich halt immer gewonnen gehabt, aber war es jetzt auch nicht immer so gut. Und dann eben Heim-WM habe ich mich verletzt, dann das Jahr davor Sturz in den letzten Kurven und dann trotzdem noch Zweite waren und ich wollte halt unbedingt aufzahlen in Leogang und dann habe ich den schlechtesten Run in meinem ganzen Leben gefühlt gehabt und es war so viel Druck von mir selber in mir drin, dass ich einfach im Ziel zusammengebrochen bin und ich glaube, das letzte Mal gerehrt habe ich mich mit zehn und ich habe das erste Mal wegen einem Rennen rennen müssen. Und das war auf der anderen Seite richtig gut, weil ich glaube, das hat sich einfach so lange schon aufgeschaut gehabt und dass meine Mama dann im Ziel war, hat sich nicht geholfen, weil ich habe einfach dann meinen Safe Space gehabt und ja, es ist dann einfach rausgekommen und das war richtig zart und das Zartste war dann, dass ich danach nur zu den Medien habe hingehen müssen und dann Interviews geben habe müssen und ich war einfach so krass traurig. Und auf der anderen Seite ist es halt schon cool, weil das heißt ja dann wirklich, dass dir das was bedeutet. Es ist mir nicht egal, wenn ich nicht performe und es ist aber auch schön, dass ich weiß, dass mir das so viel bedeutet. Wurde es dann für diese Saison vielleicht sogar eine Dosenöffner? Ja, ich würde eher sagen, dass es dann noch zwei Rennen danach war, also so Lenzer Heide, weil da hat es mich in der Quali und im Rennen geschmissen und ich habe gedacht so, hä, was ist los? Also jetzt ernsthaft, das Schlimmste war eigentlich, dass ich immer gesagt habe, was ist falsch mit mir? Und das ist eigentlich richtig ungut, wenn man den Satz irgendwie über sich selber sagt, weil es ist ja nichts falsch mit dir, es ist halt einfach, irgendwas stimmt nicht, irgendwas von der Mentaleinstellung, weil ich habe gutes Training und Bike, das alles passt perfekt, das war einfach nur irgendwas in meinem Kopf. Und jetzt im Nachhinein habe ich das alles sehr gut analysieren können, ich wollte einfach andere was beweisen und das ist halt einmal ganz falsch. Mir müsste halt egal sein, was andere von mir denken, weil ich mache das ja für mich und nach Lenzer Heide war für mich so der Turning Point, wo ich gesagt habe, hä, mir ist es egal, was andere von mir denken, ich tue sowieso immer, ich probiere immer mein Bestes und dann auf einmal ist Wochenende nachher in meinem ersten Weltcup gewonnen und ich wollte einfach nur Rad fahren und auf einmal bin ich wieder frei gefahren von irgendwelchen Erwartungen und auf einmal hat es wieder hingehaut. Der Podcast nennt sich ja, Bründl bewegt, der Podcast für mehr Weitblick. Ist das vielleicht sogar ein Weitblickmoment für dich von dir, dass du sagst, hey, man muss nicht jemand anderen beweisen, sondern man muss sich, wenn, selber in der Haut wohlfühlen und für sich selber da zu sein? Auf jeden Fall 100 Prozent. Das war halt klar, das Alter hat sich ja auch mitgespielt. Mit 20 ist man schon sehr davon abhängig, was andere von einem denken und man will ja wissen, ob man gut angekommt überall und ich habe einfach zu sehr den Kopf darüber zerbrochen, was andere über mich sagen könnten und das ist eigentlich voll traurig, aber da kommt man erst später drauf und wenn man älter wird, kriegt man mit, dass das eigentlich so wurscht ist, weil man hat einfach seine Freunde, seine Familie, die sehr close zu einem sind, nur da gilt die Meinung von denen und nicht, was im Internet steht. Und dann auch gerade so, wie ich mich mental auf Rennen vorbereitet habe, ich habe nur Resultate gesehen. Ich habe nur 1, 2, 3, 4, 5 gesehen und 4, 5 war für mich sowieso nicht interessant und 3 eigentlich auch nicht und eigentlich wollte ich eh immer nur gewinnen und das ist halt schwierig, weil du fährst halt gegen die Weltspitze. Ist das zum einen eine Stärke, aber vielleicht auch eine Schwäche, dieses immer gewinnen wollen und der zweite Platz ist eigentlich schon der erste Verlierer, also wo man wieder auf das Wort Ehrgeiz zurückkommt, das du am Anfang gar nicht so in den Mund genommen hast. Ehrgeiz ist bei dir schon sehr, sehr vorhanden. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig und das steht mir halt manchmal extrem im Weg, weil mich halt nicht zufrieden geht mit etwas anderem. Aber eben nachdem ich diese Durststrecke gehabt habe, bis an den Tag, wo ich dann den Weg gehabt habe, gegangen habe, ja, es ist halt so, man zieht da nichts Positives raus, weil man nur quasi den letzten Lauf vom Wochenende sieht, aber man sieht nicht, wie gut man eigentlich im Training war, wie gut man in der Quali war und das war für mich so der Turning Point, dass es geht nicht nur darum, was ich in meinem letzten Lauf vom Wochenende zeige, sondern es geht darum, wie ich mir das ganze Wochenende zeige und wie ich da Eindruck hinterlasse. Und ich weiß, dass das viel wichtiger ist, als wie ich was dann am Ende vom Tag, wo ich am Podium stehe. Psychische und physische Eigenschaften von dir. Wie würdest du das uns erklären, erzählen, sagen? Nein, physisch, ich glaube, dass ich einfach generell sehr stark bin. Danke an den Papa. Gut, ich gehe nicht. Aber, ja, psychisch, also wie gesagt, ich bin sehr ehrgeizig und ich tue mir immer sehr schwer, mich selber irgendwie zu beschreiben, weil ich mich selber nicht so sehr reflektiere die ganze Zeit. Aber ich glaube, dass du das von außen viel besser kanntest. Aber vielleicht, um dich nochmal zu reflektieren, auch wenn es schwierig ist, wenn du jetzt jemanden, der dich nicht kennt, der vielleicht gar nicht weiß, dass du eine Downhillerin bist, sondern der dich sieht und fragt, wer bist du? Wie würdest du dich beschreiben? Ich bin eigentlich sehr, sehr introvertiert. Was jetzt wahrscheinlich so, wenn Leute in den Medien sind, die kriegen das gar nicht so mit. Aber ich bin sehr, sehr ungern mit neuen Leuten zusammen. In einem größeren Umfeld tue ich mir sehr schwer, also gerade so Smalltalk und so, da tue ich mir so schwer und ich fühle mich so unsicher, weil ich irgendwie immer denke, auch was könnten die von mir denken. Und das war ein bisschen mein Problem, wo ich angefangen habe zum Workout fahren, dass Leute gemeint haben, dass ich arrogant bin, weil ich nicht so viel geredet habe. Aber eigentlich war ich mir einfach so unsicher in der Szene, weil ich mir einfach noch nicht Wohlgefühl gehabt habe. Und dann natürlich über die Jahre habe ich einfach meinen Platz geschaffen und ich habe mich wohlgefühlt in der Szene. Aber es fällt mir noch immer so schwer, wenn ich irgendwo hinkomme, mit den Leuten zusammen reden. Und das ist eigentlich lustig, weil ich muss so viele Interviews geben und eigentlich spreche ich so viele Leute an. Aber es ist halt easy, wenn man nicht mehr nur eine Person quasi die Interviewfragen gibt. Du hast in jungen Jahren und bist vor allem immer noch jung, das klingt immer so, extrem, so viel schon gewonnen. Jetzt sprichst du gerade über das Reflektieren. Wie bleibt man da eigentlich am Boden, wenn man natürlich immer auf einem Plafond gehoben wird, oder? Wie geht es dir da? Kann man da überhaupt am Boden bleiben? Erdappst du dich vielleicht selber manchmal nach einem großen Erfolg, weil ich down the earth wieder? Ich habe auf jeden Fall meine Familie, die mich sehr am Boden hält. Oder auch zum Beispiel die Leni, meine Tante, die mir immer sagt, was ich zu tun habe und so. Aber ich glaube nie, dass ich wirklich so abgekommen bin, weil ich eben sehr, sehr selbstkritisch bin und eigentlich nie zufrieden bin mit dem, was ich mache. Auch wenn ich bei den Juniorinnen alles gewonnen habe, war das für mich nie gut genug, weil ich wusste habe, ja, ich muss eh gegen die Elite fahren und die sind eh viel schneller. Und ich habe immer was gefunden, was nicht gepasst hat. Und deswegen glaube ich, war ich eh nie zufrieden. Was auf der anderen Seite auch voll schlimm war, weil ich halt auch nie satisfied war. Also ich war nie zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, obwohl ich ja das Beste gemacht habe, was man machen kann. Aber ist das nicht überhaupt so? Es wird immer reichere, schönere, erfolgreichere unter Anführungszeichen geben. Muss man nicht irgendwann einmal sagen, hey, hallo, ich habe heute den Weltmeistertitel geholt. Und ich bin in meinem Alter wie früher die Beste oder jetzt sowieso die Beste. Kannst du damit schon leichter tun jetzt, dass du es annimmst? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, letztes Jahr habe ich zwar einen Gesamtwelt gehabt, aber da hat halt die Pompom in mir und Nicole einfach so viel Pech gehabt. Also ich finde immer irgendwas. Bei der WM war es echt so. Ich war einfach die Schnellste. Und das hat mir richtig taugt. Aber was dann auch wieder ein bisschen schlimm war oder schlecht war, dass mir das Wochenende drauf dann gleich den letzten Make-up gehabt haben. Und ja, da habe ich vielleicht jetzt nicht so performt, wie ich wollte. Und dann gibt es dann wieder so, ja, letztes Wochenende war gut und dieses Wochenende war jetzt nicht so gut. Und dann war Off-Season. Aber jetzt, dadurch, dass ich so viele Medientermine gehabt habe und so und mehr darüber redet, verarbeite ich das auch in meinem Kopf viel besser. Und ich bin immer so, krass, ich bin nicht echt WM-Meisterin. Das kann mir keiner wegnehmen. Und diese Stripes, die Rainbow Stripes, die werden viel mehr an meinen Namen hängen. Vor allem, ich habe jetzt gerade ein paar Instagram-Videos von dir mir noch angeschaut. Und wenn man dann dein Weltmeisterschaft-Shirt sieht, hey, das ist, du bist Weltmeisterin. Ja, das ist mega krass. Also, ich habe es zwar als Juniorin auch gehabt, aber in der Elite ist es halt schon nochmal, es ist einfach, du bist eigentlich wirklich Weltmeisterin. Und das ist richtig cool. Du, wie gehst du eigentlich mit Druck um, wenn du oben im Starthaus drinstehst oder eben zum Beispiel im Leo-Gang, wo alles auf dich fokussiert ist, wo überall jeder natürlich schreit, Walli, 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 nicht nur beim Runterfahren, sondern auch wenn du durch das Eventgelände gehst, kennt dich ja rein zu jeder und will jeder ran an dich. Wie schützt du dich da? Ja, wie schon gesagt, ich bin halt sehr introvertiert und eigentlich, wenn ich bei den Rennen bin, bin ich entweder nur auf der Strecke, kurz im Pit und dann schaue ich, dass ich gleich wieder ins Hotelzimmer komme. Und ich hänge extrem viel allein ab, obwohl sich das jetzt auch sehr geändert hat zwischen der Saison. Also am Anfang war immer so, ja, ich gehe in mein Hotelzimmer, habe ein wenig wie meine Teamkollegen unternommen und dann zum Essen bin ich wieder rausgekommen und so. Und dann eigentlich zu dem Andorra-Wochenende, wo sich bei mir alles geändert hat, war so das erste Wochenende, wo ich mit einer Schwimmer gegangen bin, wo wir Karten gespielt haben, wo ich einfach mehr mit meinem Team gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, so, hey, ist eigentlich ganz lustig mit denen, was zu tun. Nein, und wenn man allein ist, hat man sehr viel Zeit zum Nachdenken und man überlegt eben über, ja, man denkt über den Druck nach, was falsch schlafen kann und so und eher negativ. Und wenn du mit einfach guten Leuten abhängst, dann hast du gar keine Zeit, dass du negative Gedanken hast. Und eben, das habe ich dann da auch geändert und auf einmal hat es mir gefällt und mein Saison ist wieder bergauf gegangen. Das ist unglaublich und das ist, glaube ich, auch die Schöne an einem Podcast, dass man da bei Menschen auf vieles Neues draufkommt. Also von außen gesehen, hätte ich nie glaubt, dass du zum einen introvertierter Typ bist und zum anderen jemand bist, der eher alleine im Zimmer verweilt, als mit jemandem unterwegs ist. Wird das jetzt deine Zukunft auch sein, glaubst du, dass du schon mehr dann auch interagierst mit den Freunden, mit denen du eben unterwegs bist, auch bei den Rennen? Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch gestern mit meinem Papa ein langes Gespräch darüber gehabt in der Gondel, dass ich einfach das alles ein bisschen ändern will. Ich habe jetzt die letzten zwei, eigentlich die letzten vier Jahre, wo ich einfach so Schule gehabt habe und Training, immer das Training sehr ernst genommen. Klar, ohne Training werde ich nie da sein, wo ich sein will. Das Training gehört immer dazu. Aber man kann es halt auch ein bisschen verschirmen und dass man einfach die Zeit mit seinen Freunde einpackt, weil das ist viel wichtiger, dass du mental happy bist und einfach Sachen tust, die du schon immer da willst. Wie zum Beispiel, ich war jetzt das erste Mal beim Söldenskiewerk Cup und bin vorgegangen und ich habe das früher nie gemacht, weil ich am Samstag Training gehabt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht nach Sölden fahren, weil ich muss am Samstag trainieren. Ja, dann trainiere ich halt am Freitag oder am Montag und deswegen kann ich trotzdem Sölden fahren und jetzt habe ich es endlich gemacht und es war so lustig. Und gerade mit 20 muss man das ja alles mitnehmen, weil mit, glaube ich, 40 Zeit sitzen wir bei der Party in Sölden da mittendrin zu stehen. Ja, ja, das ist gut. Das ist schon gut. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorher hängen war. Also, ich weiß nicht, wie das dann mit 40 ist. Dann fahre ich dann zwei Wochen Urlaub danach, glaube ich. Aber, ja, ich will das einfach heuer. Ich habe so viele Sachen auf meiner To-Do-Liste, die ich noch mache, wie zum Beispiel nach Japan zum Skifahren fliegen und so. Und jetzt haben wir das wirklich geplant im Februar. Und ich finde das so cool, weil, klar, letztes Jahr mit dem frühen Saisonbeginn im März war sich das nie ausgegangen. Jetzt fängt das erste Rennen erst im Juni an. Das heißt, wenn ich im Februar zum Skifahren nach Japan fliege, ist ja das sowas so egal und es passt super rein. Und klar bin ich dann vielleicht zwei Wochen nicht auf dem Rennradl oder mache weniger Ausdauertraining. Aber dafür mache ich was, was ich schon immer machen wollte. Social Media Godfather in Saalbach ist ja der Butzi. Und der Influencer. Ja, der Influencer. Und weil du jetzt gerade das Skifahren angesprochen hast, der hat mir zum Beispiel erzählt, die Walli ist beim Baudern ähnlich wie beim Downhill positiv eine wilde Henne. Also voll Gas ohne Ende. Ja, voll. Also ich bin ja früher Skirennen gefahren und so und habe mich dann eigentlich entscheiden müssen, was ich mache. Für mich war es relativ einfach, dass ich im Sommersport bleibe. Erstens, weil man immer für zu kalt war. Und weil ich einfach beim Rennen fahren, beim Downhill fahren einfach mehr Rennen schon gewonnen gehabt habe. Bei uns ist die Dichte im Skifahren so extrem hoch. Und es ist ja schon in frühen Jahren so ehrgeizig. Also ich glaube, dass fast bei den Landesski-Rennen gerade die Eltern, also was da für Druck war, viel größer war, wie jetzt zum Beispiel im Europa Cup beim Downhill fahren. Und das hat mir einfach nicht getaugt. Einfach weil die Eltern von den anderen Kindern da immer dabei waren. Und es war immer voll so schräge Atmosphäre. Und ich habe ja in einem Jahr Downhill-Rennen mehr Freunde gehabt, als wie acht Jahre lang Skirennen fahren. Ist das eine Möglichkeit vielleicht in der Zukunft? Es gibt ja bei uns Saalbach, Hinterklemm, Fieberbrunnen, Freeride-Weltcup. Ist das irgendwas, was vielleicht sogar von der Duolisten bei dir steht? Weltcups oder Freeride-Events zu fahren? Ja klar, aber ich habe eh letztens darüber geredet, dass jeder kann so gut Skifahren, wenn ein gescheiter Schnee ist. Aber jetzt mal, wenn ein Fieberbrunnen Freeride-Weltcup ist, ist es halt so eine richtig schlechte Schneelage, wo ich mir denke, ich würde da nie runterfahren, weil das einfach so krass unlustig ist. Und ja, klar, also mein Ziel auch den Winter ist, dass ich einfach ein bisschen mehr daheim bin und mehr Skifahren gehe. Und vielleicht, ja, vielleicht irgendwann einmal. Du, Stürze und Verletzungen sind bei euch im Sport schon immer wieder an der Tagesordnung. Wie geht man da eigentlich selber mit den Gedanken, gleichzeitig aber auch Ängsten um? Gibt es Ängste bei dir auf der Strecke? Angst würde ich jetzt nicht sagen, dass ich habe, eher einen gesunden Respekt. Ich glaube, den braucht man auch, weil sonst liegt man bald einmal im Krankenhaus, wenn man keinen Respekt hat vor irgendwas. Ich bin auch sehr überlegt, also ich mache nie was, ohne dass ich es mir nicht anschaue oder mir überlege, ob ich das eigentlich kann. Also bei mir ist alles extrem geplant. Auch wenn es manchmal nicht so ausschaut, aber es ist wirklich so. Ja, Verletzungen können einfach dazu, aber es ist in jedem Spitzensport, weil man einfach seine Grenzen pusht. Und irgendwann fährt man einfach drüber und dann passiert halt was, aber ja. Was hat sich bei dir oder für dich im Downhill-Sport in Österreich getan? Ich habe jetzt deine Fahrt vor meinen Augen, wie du heuer Weltmeisterin geworden bist, vor unfassbar vielen Fans. Gleichzeitig gab auch Leo Gang inzwischen absoluter Hotspot, nicht nur als Trainingsgebiet, sondern eben auch, wenn die Events stattfinden. Wie nimmst du dich selber wahr, was sich da in den vergangenen Jahren verändert hat? Ja, also es war mega krass. Ich meine, klar, ich habe jetzt Elite, mein erstes Elite-Jahr war im Corona-Jahr. Das heißt, wir haben gar keine Zuschauer gehabt. Und dann früher bei den Junioren, wir sind jetzt so früh ein Rennen gefahren, dass noch gar keine Zuschauer da waren. Und dann, wie zum Beispiel Frankreich, das war so krass bei der WM. Also, was da für Menschenmassen waren. Du hast einfach von oben bis unten, du hast eine Geräuschkulisse gehabt. Zum Glück im Rennlauf habe ich das gar nicht so mitgekriegt, aber wir haben ja davor ein Training gehabt. Und das ist krass, was da für Fanbase einfach ist. Und klar, ein Leo Gang, ja, verglichen zu Fort William in Schottland oder Léger, immer noch leider viel zu wenig. Aber ich glaube, dass das jetzt immer mehr wird. Und das ist auf jeden Fall saugut, dass wir jetzt zum Beispiel an Kolb haben und an Roma und auch Nina Hoffmann, dass wir einfach die deutschsprachige Szene einfach zusammenbringen. Und es ist ein extrem cooler Sport zum Zuschauen. Es ist leicht zum Verstehen, wie es abläuft. Der schnellste Gewinn. Das ist extrem actionreich. Du kannst die Strecken runtergehen. Und es ist einfach richtig cool. Und man ist auch extrem close zu den Fahrern. Also, wenn man durch die Pits durchgeht. Man kann eigentlich mit jedem ein Foto machen. Was jetzt beim Skifahren zum Beispiel ist, nicht die Chance, dass du einmal so schnell einen Skifahrer triffst. Nina Hoffmann wurde von dir jetzt erwähnt. Wenn du ins Ziel kommst, springt die Nina sofort auf dich zu. Es ist doch ein Sport von Individualisten. Am Ende des Tages fährt man natürlich für sich, für sein Team, vielleicht auch noch für sein Land. Und trotzdem gibt es schon diese Freundschaften, auch wenn du sagst, du verbringst sehr viel Zeit alleine. Aber die Nina ist schon jemand, was eine Bedeutung hat. Ja, ich komme sowieso mit allem extrem gut aus. Mit der Nina hilft es auf jeden Fall, dass sie deutschsprachig ist. Und ja, es ist einfach extrem cool, dass man einfach Mädels findet, die genau das Gleiche durchmachen. Weil es ist halt schon eine Extremsportart. Und es ist oft schwierig, mit anderen darüber zu reden, wie man sich gerade fühlt. Und die wissen halt genau, wie man sich fühlt. Weil sie gehen halt durch das Gleiche durch. Wenn man sich vor Sprünge ein bisschen anscheißt und so, dann kann man mit den Mädels darüber reden. Weil wenn ich mit meinen Teamkollegen darüber rede, dann sage ich, ja, was überlegst du so nach? Und sie sind halt schon ein bisschen einfühlsamer. Und ja, gerade die Nina ist so cool. Und was mich bei der Nina so daugt, ist, dass sie sich so krass für andere freuen kann. Und da muss ich ehrlich dazu sagen, dass ich das noch nicht so kann. Weil wenn ich ins Ziel komme und ich sehe, dass meine Zeit nicht gut wird, dann brauche ich kurz einmal so fünf Minuten, dass ich das verarbeiten kann. Und dann kann ich erst für andere happy sein. Und bei der Nina geht das alles so schnell und die ist halt immer hyped und die sind am zweiten Platz zufrieden. Und ich hoffe, dass das bei mir auch noch kommt. Ich glaube aber, das darf beides sein. Oder ich glaube, das darf auch so sein, dass du ins Ziel kommst und nicht happy bist in dem Moment, wenn es dir nicht gegangen ist. Und wenn du aber dann, wenn eine Weile vergangen ist, trotzdem dem oder derjenigen das gönnst, was sie erreicht hat. Also über den Mega-Respekt an alle Fahrerinnen, die dabei sind. Und das weiß auch jeder, weil ich sage es einem auch jedes Mal. Und ja, es ist cool, weil es sind ein Haufen, wie ich vorher schon gesagt habe, es sind einfach extrem coole Mädels gerade in dem Sport unterwegs. Und jede bringt so ihren eigenen Vibe mit. Und ja, ich glaube, dass wir eine richtig gute Base für die Zukunft bauen. Apropos Mädels, dein Inner Circle ist ja sehr damendominant, oder? Die Leni-Managerin, die Sponsoren sind teilweise von Damen geführt oder in Säubach. Die Mama natürlich auch an vorderster Front, die Oma. Ist das für dich ganz, ganz wichtig, dass das Damen auch sind? Ich glaube, ich habe einfach irgendwie das Glück, dass ich so viele starke Mädels kenne. Also gerade so wie die Leni und so. Das ist einfach richtig, richtig cool. Und es ist ja sehr, ja, man lässt sich einfach nicht unterkriegen. Und das, glaube ich, ist auch gut für meinen Sport. Oder wenn ich ja auch so Meetings habe, meine Sponsoren. Und wenn es um Verhandlungen geht, dass nur weil man ein Mädel ist und vielleicht bei uns ein bisschen weniger Konkurrenz ist, mache ich ja trotzdem das Gleiche wie die Jungs. Und ich probiere ja auch zu pushen. Und ich probiere auch so gut wie die Jungs zu sein. Und ja, einfach, dass man selbstbewusster wird. Und zum Glück habe ich das Umfeld mit so starken Frauen um mich, dass ich das, glaube ich, auch nach außen trage. Ja, die Isabella oder eben die Leni. Extreme Frauenpower. Auf jeden Fall, ja. Es ist einfach cool, weil es ist schon eine extrem große Inspiration, dass man als Frau solche Positionen, egal ob es jetzt im Sport ist oder im normalen Business bei den Bergbahnen, dass man das einfach machen kann. Wie gehst du mit dem Gendern momentan um? Für mich, pff, gar kein Problem. Also, mein Papa, der regt sich da immer voll auf. Und dann denke ich mir so, ey, was regst du dich da auf? Das ist einfach so. Ja, wurscht mit meinem Papa. Es ist witzig, ich habe gerade ein bisschen, gerade erst mit meinem Papa habe ich schon immer eine extrem lustige Beziehung. Also, mein Papa ist mit mir früher zu allen Rennen gefahren. Und wir haben uns am jeden Rennwochenende gestritten, weil einfach beide ein bisschen übernervös waren. Und dann, wo ich dann endlich allkannig war zum Wack-Kapp-Fahren, habe ich dann gesagt, ja, Papa, jetzt ist Zeit, jetzt darfst du daheim bleiben. Und ich mache das allein. Und das war schon der Übergang, dass er mich loslässt und dass ich mein eigenes Ding mache. Ich glaube, ich war nicht so einfach fähren. Und das Problem, glaube ich, ist, dass wir uns extrem ähnlich sind. Und deswegen clasht es bei uns sehr oft. Aber ja, gerade so das Gendern und das Ganze. Ich glaube, dass er mich einfach immer ein bisschen aufziehen will. Und er weiß genau, mit was er mich so triggern kann. Und gerade solche Sachen, da bin ich sehr empfindlich. Jetzt eben, wie du Weltmeisterin geworden bist heuer, haben sie die österreichische Bundeshymne gespielt. Wie der Text, kannst du nicht? Das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht laut sagen, dass es nicht wirklich kann. Aber da gibt es eine Passage, die zum Thema Gendern passt. Wie singst du diese Passage? Ja, Töchter und Söhne, oder? Großer Töchter und Söhne, genau. Ja, ja. Du bist in einem Alter, wo momentan viel über Fridays for Future gesprochen wird, über Klima. Was sagst du zu Fridays for Future, Greta Thunberg? Spielt dir das in deinem Leben irgendwie eine Rolle? Du bist natürlich jemand, der viel unterwegs ist. Eben, das wollte ich gerade ansprechen. Also für mich ist das sehr, sehr schwierig, weil klar, ich finde Klimaerwärmung extrem schlimm. Generell, was gerade alles auf der Welt passiert, ist extrem krass zum Zuschauen. Ich unterstütze PAU, also das, wie heißt das nochmal? PAU quasi, dass wir unseren Winter retten. Ah, okay, ja. Und da habe ich auch gespendet und alles. Und dann haben wir denen eben geschrieben, hey, wir hätten voll Bock, dir als Ambassador eben zu kommunizieren. Und ich habe halt gesagt, ich möchte das ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß, dass mein Lifestyle nicht dazu beitragt, dass wir unseren Winter retten. Weil ich muss halt leider sehr viel mit umreißen. Ich sitze sehr viel im Flieger. Ich kriege jedes Jahr neue Produkte, neue Radl, neues Gewand. Und ich schaue schon, dass ich mein ganzes Zeug dann weiterbringe. Also ich habe jetzt zum Beispiel nach der Saison mein ganzes Zeug an österreichische Bikeclubs gespendet, an die Kids. Und es ist extrem cool, dass ich das sehe, dass die alle in meinen Hosen rumgefahren, in meinen Schuhen und alles. Und das ist halt mal wichtig, dass das nicht alles weggeschmissen wird, sondern dass das wiederverwendet wird. Und ja, wie gesagt, als Sportler ist man da halt immer so in einem Zwiespalt. Ich probiere, dass wir extrem viel vegetarisch essen, aber oft, wenn man halt reist oder gerade mit den Jungs unterwegs ist im Team, die essen halt gern Fleisch und dann wird das halt auch eingekauft und so. Und ich schaue schon, dass ich, wenn ich daheim bin, dass ich halt sehr nachhaltigen Lifestyle lebe. Aber wenn man halt dann unterwegs ist, ist es halt extrem schwierig leider. Also schwierig wegen dem Beruf, aber auf der anderen Seite hört man heraus, Bewusstsein ist da. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Politik. Was ist das für die? Ich habe mir halt echt gedacht, ich will mit dir als 20er echt immer über Klima, über so solche, über so Sachen auch sprechen. Politik. Nimmst du das wahr, was da momentan abgeht, weltweit oder auch bei uns in Österreich? Ja, also ich schaue extrem ungern Nachrichten, weil da kann man ja dann auch nur schlecht drauf sein. Also ich denke mir das immer, meine Mama schaut nicht jeden Tag Nachrichten, und danach ist es halt immer voll traurig oder halt verunsichert. Und dann, ich meine, man muss sich anschauen. Und ich weiß nicht, ob man jetzt durch Social Media noch mehr mitkriegt wie früher. Und man wird halt die ganze Zeit bombardiert, wo es nicht alles falsch läuft auf der Welt. Und leider ist es halt so, aber ich glaube, dass das vor 100 Jahren auch schon so viele, Entschuldigung, schlechte Sachen passiert sind. Und ich weiß nicht, was man ändern kann, weil gerade als Sportler, finde ich, man lebt halt in dieser pinken Bubble. Aber es ist immer cool und immer super. Und man kriegt eigentlich gar nicht mit, wie viele Leute es richtig schlecht geht. Und ich finde es auch immer, jetzt auch mit dem Iran und so, wir haben extrem viele Mädels aus dem Iran geschrieben, die gesagt haben, hey, willst du das unterstützen? Und ich weiß nicht, wie ich denen helfen kann. Weil alle, die mir folgen, die folgen mir nur wegen einem Sport. Und sobald ich irgendwas über Politik post, share, dann sehe ich schon, wie meine Followerzahlen runtergehen. Weil die Leute halt, glaube ich, sie auch auf Social Media flüchten, damit sie vom Alltag und von den schlechten Sachen wegkommen. Und ich bin da gerade ein bisschen so im Zwiespalt, wie ich mich auf Social Media darstelle. Ich glaube, das ist eh der nächste Weitblick-Moment, was du jetzt angesprochen hast, dass du sagst, dass man, und das hat der Christoph Bründl, der Chef von Bründl Sport beim ersten Podcast, ja auch schon erwähnt, dass er bewusst probiert, keine negativen Medien zu konsumieren, oder? Also ist das wahrscheinlich eh vielleicht der richtige Weg von dir. Und wenn da diese Ladies aus dem Iran folgen, dann folgen sie dir natürlich auch wegen dem Sport, aber wahrscheinlich schon auch wegen deiner Persönlichkeit. Ja. Also bewusst keine negativen Medien konsumieren. Ich glaube, man kommt eh nicht davon aus. Man sieht es ja überall und so. Und es ist immer einfach ein Weg zum Schauen. Und ja. Ich weiß, es ist schwierig zurzeit. Ich glaube, auch in meinem Alter oder so, weiß man nicht ganz, wie man sich verhalten darf. Und man muss auch sehr aufpassen, damit man ja nicht irgendwas falsch kommuniziert oder Leute sich angegriffen fühlen. Es ist echt eigentlich extrem schwierig, wie man sich verhaltet, gerade im Netz. Wie viele Stunden bist du am Tag im Netz unterwegs, wenn du jetzt so einen freien Trainingstag hast? Leider viel zu viel. Ich bin einfach Generation Handy. Auf der anderen Seite ist es gut, weil mir fällt es leicht, Sachen zu posten und so. Aber auf der anderen Seite war es ja, dass es extrem schlecht für mich ist. Also wir haben jetzt auch letztens, es war ja von einer sehr coolen Veranstaltung, die einen extrem guten Vortrag gehalten haben über eben Social Media, Stress und Mental und bla 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 und Blue Light und das ganze Zeug. Und wie eigentlich zum Beispiel das Blaulicht vom Handy so viele Sachen mit deinem Gehirn macht, abgesehen von den Augen, dass das schlecht ist und wie viel Stress das verursacht, wo man eigentlich nur auf der Couch hängt und ins Handy schaut. Und da bin ich jetzt schon sehr aufmerksam drüber geworden. Also ich habe jetzt eine neue Routine entwickelt mit meiner Trainerin zusammen, dass ich zum Beispiel, wenn ich aufwache, erstens Wecker, habe ich jetzt einen anderen Wecker. Ich habe jetzt so eine coole Spatuhr, die vibriert als Wecker und nicht diesen Ton. Das heißt, es weckt sich schon mal viel sanfter auf. Dann schaue ich, dass ich eine Stunde in der Zeit, wo ich aufgewacht bin, nicht aufs Handy schaue. Und dann mache ich eben meine Mobilisationsübungen, mache mal einen Kaffee und dann lese ich vielleicht was und dann schaue ich erst aufs Handy. Und ich bin halt früher einfach aufgewacht, Handy geschaut, Social Media und bla bla bla, als wenn ich irgendwas verpasse in den letzten acht Stunden und dann frühstücken gegangen und dann halt wieder noch aufs Handy geschaut und so. Und ich schaue schon, dass ich jetzt oft mein Handy einfach lautlos lasse und auch mal im Auto lasse. Wie gestern war man im Kino und ich habe es im Auto gelassen. Und das ist schon krass. Man überlegt sehr viel, was man verpassen könnte. Oder es könnte mir irgendwer schreiben oder es könnte irgendwas sein. Aber im Endeffekt, ich kann, wenn ich jetzt eineinhalb Stunden mein Handy nicht in der Hand habe. und es ist krass, dass man schon so abhängig von dem ist. Kino, was ist für ein Film ausgestrahlt worden? Wir haben uns Black Adam angeschaut. Aber ich muss sagen, ich bin mehr Marvel-Fan. Also so DC taugt mir nicht so. Bist du eine Fernsehkonsumentin oder schon fast nur noch YouTube, Netflix? Nur YouTube und Netflix eigentlich. Mir geht die Werbung voll an. Andere Sportarten. Du warst jetzt in Sölden, hast du angesprochen. Gibt es jemanden, den du unter Anführungszeichen verärst, der dir taugt von den Sportlern? Auf jeden Fall. Also Marco Odermatt oder Sophia Gottscher, die sind richtig cool. Also ich bin generell ein Riesen-Wintersportart-Fan. Was ich jetzt zurzeit extrem feiere, sind die Schweizer Freeskier, also Mathilde Cremont und Fabian Bosch. Die sind einfach richtig, richtig cool. Und die sind alle in meinem Ötter und die sind alle so erfolgreich. Und gerade so, ja, Freeski, das ist auch eigentlich eine Randsportart, weil jeder schaut nur auf das Alpine Ski fahren. Und die sind einfach so krass unterwegs und die pushen den Sport so krass, wie die man zielt, was die für Tricks ausgehauen. Die sind halt einfach Tricks, die, ja, die Jungs schon strugglen zu machen und sie haut die jetzt einfach raus. Und die sind alle so jung. Ich war in Chur beim Big Air Workup zuschauen und wenn du da auf die Startlisten schaust, das ist alles nur Jahrgang 2000, 2001, 2004, 1995 war dabei und sonst nur alles 2000 da. Das ist richtig krass, was da für junge, ja, Nachwuchssportler, oder gar nicht mehr Nachwuchssportler, weil sie sind ja in der Szene angekommen, haben ja alle schon, ja, meine Olympiamedalen und alles gewonnen, was es gibt. und, ja, also Wintersport ist schon mein Favorit eigentlich. Olympiamedalen gewonnen, Marco Odermatt, Olympiasieger. Olympia ist 2024 bei dir zu 100 Prozent kein Thema, aber ist das so ein Fernziel, was du jetzt nicht beeinflussen kannst natürlich, aber wo du sagst, ja, das wäre es wirklich noch, wenn ich Wallehöll für Österreich am Olympiastart stehen dürfte. Ja, also für Österreich, das taugt mir eigentlich nie wirklich so, wenn es wer sagt, weil ich ja nicht gar nicht patriotisch bin, also so 100 Prozent gar nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass meine Mama aus Deutschland kommt und ich habe halt zwei Reisepässe und, weißt du nicht, ich fühle mich nicht so als Österreicherin, ehrlich gesagt, ist mir nicht wurscht, für was für ein Land ich fahre, weil ich fahre eigentlich nur für mich und für mein Team eigentlich und weil es mir taugt und das finde ich oft gerade, ich glaube, es ist bei mir gerade ein bisschen schwieriger, weil ich nie so das Nationalteam hinter mir gehabt habe. Es hat sich keiner wirklich darum geschert, wie mein Training abläuft oder mir ist ja nicht geholfen worden finanziell vom Nationalteam und deswegen glaube ich, habe ich nie diesen Nationalstolz gehabt, wie zum Beispiel andere Athleten haben oder ich finde es auch, die Franzosen, die sind sehr, sehr stolz auf ihr Land, aber da ist ja der ganze Prozess, wo die schon im frühen Kindesalter supported werden, wo die zu den Rennen mitgenommen werden, ja klar hängt man da gerne mit dem Nationalteam ab, aber das hat es halt bei mir einfach nicht gegeben und deswegen nervt mich das eher, dass ich, wenn ich dann die WM gewonnen habe, dass dann, ja, der ÖRV und bla 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 und ich weiß, dass es genau bei der Laura Sticker im Cross Country und bei der Mona mit der Wallner genau das Gleiche war. Die haben sich alles selber erarbeitet und jetzt sind sie jetzt gut und jetzt wird quasi am österreichischen Radfahrverband die Props geben, dass die so gute Arbeit geleistet haben, aber im Endeffekt ist gar nichts gekommen und man hat sich alles erarbeiten müssen. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt so eine Pressekonferenz stattfindet für einen Weltcup in Leogang, wo dann der Präsident des österreichischen Radsportverbandes dabei ist und über euch spricht, da hast du deine eigenen Gedanken dann. Auf jeden Fall. Also ich weiß, dass der ÖRV für mich halt noch nie irgendein Geld ausgegeben hat müssen, weil ich halt auch bei den WM, bei den Weltmeisterschaften zum Beispiel wollen sie dann immer, dass man bei einem im Hotel schläft und ich denke mal, beim wichtigsten Rennen in der Saison wäre ich nicht aus meiner Routine rausgehe. Da ist es ja noch wichtiger, dass ich mit meinem Team zusammen bin, weil mein Mechaniker ist dort, ich muss ja mit dem absprechen, was ich ist, meine Trainerin ist im Hotel, ich muss ja mit denen kommunizieren und nicht mit dem ÖRV, und abgesehen davon, dass dann der ÖRV immer schafft, das Hotel zu nehmen, was am weitesten weg ist und du da dann halt auch Zimmer teilen musst mit irgendjemandem, mit dem du noch nie zusammengeschlafen hast, das ist halt für so ein wichtiges Rennen, das geht halt nicht. Ich glaube, es ist anders, wenn du im Winter schon viele Trainingscamps hast und einfach mit den Leuten abhängst, aber da wir das nicht haben, wieso bei dem Rennen auf einmal. Also Valle Hölle, eine 20-Jährige, die genau weiß, was sie will und die da auch, glaube ich, richtige Worte findet. Leise Kritik oder doch? Ich glaube, sie wissen es eh. Hat es doch Gespräche gegeben, oder? Ja, sie wissen schon, dass ich kein großer Fan bin vom ÖRV, aber ich glaube, sie probieren jetzt auch, dass sie es ändern, immer sie müssen es ja, weil sonst fahren uns ja die anderen Nationen um einen Kopf und ich denke mir, immer noch leichter wie in Österreich, wir haben die Infrastruktur, wir haben einen Haufen Strecken, wir haben einen Haufen Kids, wir haben Rennen, jetzt geht es nur darum, dass der ÖRV das einmal in die Hand nimmt und einfach, es ist ja nicht so schwer, dass man mal Leute einlädt, zusammen zu trainieren. Es ist nicht so schwer. Aber warum ist es das? Die Franzosen haben eine unglaubliche Mannschaft, die Schweiz eine riesen Mannschaft, Übersee natürlich sowieso in Schottland. Was ist der Grund, dass in Österreich, wo es die besten Downhill-Strecken gibt, wo es mitunter die schönsten Hotels gibt, wo auch der Wohlstand da ist, dass man sich das leisten kann, oder? Warum hapert es da am Nachwuchs? Es glaube, es fängt einfach ganz, ganz oben an, weil die Leute, die da oben beim ÖRV zu mitreden haben, dass die halt erstens nur drauf schauen, okay, wir haben ein Rennrad, was ist olympisch, wo ist am meisten Geld drin und da wird das Geld hergenommen und dann Mountainbike, Randsportart, okay, Cross Country, haben sie das Glück mit der Laura, mit der Mona, dass die so gut sind. Aber da hat es ja auch damals schon den Klisch gegeben, dass sie nicht gewusst haben, ob sie die Laura nach Tokio schicken oder die Mona, aber ich meine, ich denke so, hä, wieso nicht beide? Was ist denn da das Problem? Und ja, da fängt es einfach schon von ganz oben an, dass einfach, glaube ich, der Sport für sie nicht so interessant ist und dann halt extrem wenig Geld dahinter ist und ich verstehe es ja auch, dass wenn, es ist viel Arbeit, dass man was plant für die Kids und dass man Trainingskurse anbietet und wenn, dann muss man das, ja, will man auch Geld dafür haben, was ich auch komplett verstehe, aber sie suchen sich auch keine gescheiten Sponsoren. Wobei, ich glaube, dass das bei Olympia ein Quotenproblem damals war zwischen den beiden, oder? Da bin ich jetzt aber auch nicht. Ja, ich glaube, es war irgendwas, dass die Mona hätte Elite fahren müssen, aber ja, jetzt schauen wir mal, ob das nächste überhaupt zwei Fahrerinnen mitnehmen und wenn es wieder nur eine mitnehmen, dann muss man sich schon bis Land in den Kopf greifen. Aber sollte Downhill Olympisch werden 2028? Also ich glaube, dass von jedem Athleten ein Traum ist, bei den Olympischen Spielen zum Mitfahren, einfach nur, damit man das mal erlebt hat, das Olympische Dorf und ja, einfach wie das alles anläuft. Also ich würde das voll gerne und ich glaube, 2028 wäre eine richtig coole Location, Kalifornien, da gibt es einen Haufen gute Strecken schon, wo früher auch Weltcups waren und ich würde es extrem feiern, aber ich habe auch schon einen Plan B, der jetzt, es ist ein bisschen so ein Hingespenst in meinem Kopf, aber ich habe jetzt ein bisschen angefangen zum BMX zu fahren und falls Downhill nicht hinhaut, werde ich versuchen, mich irgendwie anders zu qualifizieren, dass ich mit den Olympischen Spielen mitfahren kann. Ich meine, ich weiß nicht, ob das dann wirklich hinhauen wird, aber es ist bei mir gerade so ein Hingespenst. Aber das Gute daran ist auch, dass du 2028 Heimweltmeisterschaft in Leogang schon dann voll am Plan hast momentan. Ja, voll am Plan, es sind noch immer sechs Jahre hin, also das ist noch so eine lange Zeit und was ich jetzt in den letzten sechs Jahren bei mir alles gönnt habe, ich meine, da war ich dann 14 bis 20, das ist schon arg, was da ist in meinem Leben passiert ist und was für coole Sachen passiert sind und wer weiß, ob wir Radfahren in sechs Jahren noch so zart wie jetzt. Ich meine, jetzt tagt es noch volle, ich bin voll dabei, aber wer weiß, vielleicht verschlägt es einem woanders hin oder man hat neue Interessen oder man fängt zum Skifahren an oder ja, weiß nicht, ich finde es ein neues Hobby und so. Also, mir tagt es die Zeit volle, wo ich bin, aber man kann jetzt nicht sagen, wo ich in sechs Jahren stehe. Kann man sagen, dass bei euch, dass es eine extreme Düftlerei gibt, auch im Downhill-Sport, eben wieder zurückkommend auf Skifahren, da spricht momentan jeder irgendwie über das Material von dir, Red Bull Sports, von Marcel Hirscher beziehungsweise von Atomic, von Stöckle, von Fischer, wie sie heute heißen, die Marken, wird bei euch auch extrem gedüftelt? Auf jeden Fall, also was jetzt also gerade abgeht mit dem ganzen Bluetooth-Zeug und gerade Ford William für die WM ist extrem spannend, weil Ford William eben den berühmten Motorway am Schluss hat, wo man einfach weiß, wenn ich ein härteres Fahrwerk habe am Schluss, rolle ich um einiges schneller, aber wie mache ich das mit meinem Suspension? Der Leuk Bruni hat damals den Loser, hat er zu seiner Gobel gegriffen und hat quasi einen Hebel umgelegt, damit er ein bisschen ein härteres Fahrwerk hat und jetzt fängt eben das ganze Bluetooth-Zeug an und wenn ich eben einen Knopf habe, wo ich dann meine Suspension quasi ändern kann, dass ich schneller Rolle, dann auf jeden Fall und es ist krass, in was für eine Richtung das alles noch gehen wird. Du hast schon ein, zwei Tipps für mehr Weitblick gegeben. Das ist das Einzige gewesen, wo ich deine Managerin, die Leni, angerufen habe, dass sie dich vielleicht ganz kurz brief, dass du nachdenkst. Hast du über das Thema nachgedacht oder alles spontan? Gibt es noch ein Weitblick-Thema für dich? Bei mir ist alles extrem spontan und ich glaube, das sind dann immer die ehrlichsten Antworten, weil dann reime ich mir nicht irgendwas im Kopf zusammen, aber wie eben, es sollte eigentlich egal sein, was andere Leute von dir denken, das ist einmal Priority number one. Zweitens, nicht alles zu ernst nehmen, weil gerade, wie ich es vorher gesagt habe, als Sportler lebt man eben in dieser Bubble, aber im Endeffekt, man rettet keine Leben, man tut nichts Gutes für die Community, außer, dass man vielleicht die Leute ein bisschen entertaint und was ich schon sehe oder was bei mir krass war, wie sehr mich zum Beispiel die Rage-Leiter inspiriert hat, also eben nur wegen ihr habe ich angefangen zum Rennen fahren und wenn ich so einen krassen Impact auf andere Mädels habe, dann würde mir das extrem gut daumen. Oder und Jungs, was man heute schon gehört hat. Genau, ja. Du, wir sind in Österreich, du bist der Weitgereiste aufgrund deines Jobs, hast du heute schon erwähnt, dass du nach Japan fahren wirst, kriegst viel mit, kriegst auch mit, wie wir in Österreich leben, wie es bei uns ist, für uns, für dich sind wir in Österreich sehr, sehr privilegiert, was, was könnten wir uns vielleicht aber auch von anderen Ländern abschauen? Ja, einiges. Das wäre, jetzt wird es spannend. Ich glaube, dass gerade wir Österreicher und Deutsche sehr, sehr ernst sind und alles immer zu ernst nehmen und eigentlich nicht so ein bisschen lagerfähiger unterwegs sind, was auf der anderen Seite mir extrem gut taugt, weil ich brauche immer einen Plan bei mir. Ich habe jetzt schon einen Kalender von 20, 23 auf der Wand hängen und fast das halbe Jahr schon ausgeplant, weil ich brauche das einfach. Das ist für mich, da bin ich entspannt, wenn ich weiß, dass ich in zwei Monaten um 11 da sein muss. Das taugt mir einfach. Auf der anderen Seite müssen wir ja viel spontaner unterwegs sein oder gerade so, auch wie die Franzosen, ich bin ja extrem viel in Südfrankreich unten und das Abhängen mit Freunden oder mit Freunden treffen und auf die Nacht und Aperot trinken und einfach ein bisschen mehr das Leben genießen, das glaube ich tat uns nicht schlechter. Dir vor allem auch, oder? Du hast ja halt ja schon gesagt, oder? Dass du sagst, was dann in Andorra passiert ist, das war ein Dosenöffner für dich und behalte diesen Dosenöffner bei. Ja, es ist immer leicht nach der Saison drüber zu reden und dann habe ich ein bisschen Angst, dass ich dann ja, nackst sehr vor dem Start stehe und wieder in den gleichen Trott eingefahren bin, wie die Jahre davor, aber ich denke, es ist schon um einiges besser geworden, dass ich jetzt gleich angefangen habe, drüber nachzudenken, was ist falsch gelaufen und was muss ich mit dem Kopf behalten und ich habe jetzt auch viel mit mit meiner Mentaltrainerin zusammenarbeitet und mir auch Sachen aufgeschrieben und in meine Wohnung gehängt, damit ich jetzt mal, wenn ich vorbeiläufe, dass ich mir das anschaue und im Kopf behalte. Was sind das für Wörter, für Werkzeuge? Ja, es ist eher so, wir haben da so Plus und Minus aufgezeichnet und so, was war bei dem Rennen und was war bei dem Rennen und am Schluss eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ich wollte immer schauen, wie andere beeindrucken kann und dass ich jetzt im Hier und Jetzt sein muss und nicht über die Zukunft nachdenke oder was in der Vergangenheit war und eben das ein bisschen mehr genießen, weil ich weiß, dass die Sportart, auch wenn die anderen jetzt zwölf Jahre älter sind wie ich, man kann es nicht für immer machen und man weiß auch nicht, wie es mit unserem Sport in den nächsten paar Jahren ausschauen wird, aber ich habe gerade das geilste Leben, was man sich eigentlich vorstellen kann und ich weiß nicht, wieso ich es nicht geschafft habe, zwei Jahre davor das zu genießen, weil es ist einfach, besser kann es nicht sein. Aber gerade bei euch in der Gaststätte von den Eltern sind ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele nur zufriedene Leute da oben, die haben zuerst ihren Sport gemacht oder machen danach noch ihren Sport, haben einen schönen Ausblick, kann man von denen auch was lernen? Ja, auf jeden Fall, also ich sehe es halt, dann kriege ich dann nur mit, was meine Eltern denken oder was mein Papa denkt und dann wird natürlich immer gesudert, weil es könnte immer mehr Gäste sein, mehr Umsatz gemacht werden und bla 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 und ja, so viel Stress und eigentlich eher negativ, weil es nicht einfach ein harter Job ist, also so Gastro zum Beispiel, das wäre für mich gar nichts, erstens, weil ich introvertiert bin, ich bin gar nicht so eine gute Gastgeberin, dass man mit jedem Gast redet und so einen Lashaus redet und ja, die irgendwie so entertaint, das taugt mir gar nicht, das kann dann mein Bruder machen, wenn er alt genug ist, aber klar, es ist cool, dass, weil ich eben aus Selbach komme, es ist so ein schöner Ort und wenn man dort aufwächst, kriegt man das eigentlich gar nicht mit, dass Leute da auf Urlaub fahren, weil es so cool ist und wenn man aus Selbach kommt, dann denke ich mir so, wow, hey, das geht mir alles schon voll, ja, ja, von Zaga und die ganzen Touristen und so und gerade in der Off-Season, wenn alles zusperrt, ist es richtig langweilig, aber es ist richtig schön und deswegen komme ich auch so gerne heim, weil gerade wenn man viel weg ist, freut man sich wieder auf daheim. Ganz ehrliche Meinung, du bist vorher hergefahren von Maishofen oder Selbach da nach Karbrunn, wie war das Gefühl und jetzt, wie ist das Gefühl mit dem Wissen, okay, du hast deinen Podcast mit irgendeinem Typen und jetzt ist der Podcast neu fertig, wie geht es dir, wie war es vorher und wie geht es dir jetzt, würde mich jetzt echt interessieren. Ja, was mir zur Zeit voll taugt, dass ich viel mehr Termine daheim habe mit Medien und so und das ist einfach voll das gute Gefühl, dass jetzt nicht nur die Bikeszene sich um mich schert, sondern jetzt auch ja, mehr allgemeine Medien und ich finde das so cool und es passieren so viele coole Sachen gerade bei uns in der Gegend rum, dass ja, einfach da wo ich herkomme, das ist einfach alles so cool zur Zeit oder jetzt auch mit Kittstein und so und früher habe ich das gar nicht so mitgekriegt, was es bei uns eigentlich für coole Möglichkeiten gibt. Also kannst du jetzt heute noch Bikepark fahren in Leo gehen, kannst du aber dann am Nachmittag oder andersrum, gehst in der Früh aufs Kittsteinhorn und gehst am Nachmittag noch Radl fahren und die Möglichkeiten haben einfach andere Leute gar nicht, weil die halt irgendwo in der Stadt drin wohnen und den ganzen Winter sowieso noch in Neblig ist und bei uns das geilste Leben. Ich sage jedenfalls wieder einmal danke für ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch, das eigentlich teilweise in eine völlig andere Richtung gegangen ist, wie ich vermutet hätte. Introvertiert, habe was Neues gelernt auch von dir, aber super Antworten für 20-Jährige wirkst du sowieso extrem reif und behalte dein Bewusstsein bei. Vor allem mag, glaube ich, das Reflektieren und vielleicht schaust rein beim nächsten Podcast auch von Bründl bewegt der Podcast zum Thema Weitblick, warum, weshalb Benedikt Böhm wird erwartet, Skibergsteiger, CEO von Dynafit, auch extrem wie die Walli inspirierende Persönlichkeit, der natürlich ganz einen anderen Weg gegangen ist und geht, aber der ebenso interessant sein wird und ich freue mich extrem auf das Gespräch. Danke an euch alle fürs Reinschauen, Reinhören und nicht vergessen, Bründl bewegt. Du möchtest noch mehr spannende Geschichten lesen? Dann haben wir jetzt das neue Bründl-Buch Vol. 6 für dich, wo dir unsere Mitarbeiter sowie außergewöhnliche Persönlichkeiten der Bereiche Sport, Körper und Geist spannende Geschichten erzählen und dir praktische Tipps geben, die du einfach im Alltag umsetzen kannst. Das Buch findest du als Online-Version auf unserer Website und ab sofort auch kostenlos in all unseren Shops. Bis bald! Bis bald! S Church Bis bald! ich